Hallo, mein lieber Herzzeitfreund, meine liebe Herzzeitfreundin hier, wieder mal live aus Simuk. Und ich wollte von Herzen dieses Video für dich aufnehmen. Warum sollte es so natürlich sein, wieder diesen göttlichen Teil in uns, dieses Lichtwesen, diesen Spirit zu leben, und zwar im Alltag. Weil ich merke, wie gewisse Menschen, die fühlen sich dann so gar nicht berührt, wenn man so spirituell spricht. Und auch für andere ist es, obwohl es schon, vielleicht ist es für dich schon etwas, das du kennst, aber es entdrückt uns doch so ein bisschen in hohe Gefilde. Wie können wir nun das runterbringen auf die Erde? Ja, du weißt, das ist so mein Ding in den Workshops, in den Retreats. Und das schätzen auch die Menschen, weil sie merken, es geht um hohe Spiritualität, aber im Alltag. Und diesen Inhalt, den darf ich ja auf dem Uertliberg an Pfingsten vermitteln, in dem für mich wunderbarsten Retreat, Lebe dein göttliches Wesen. Ich habe mir drei Punkte ausgedacht, so wie ich das, auch hier, kannst du es nicht sehen, hier ist der Nebel, im Nebelwald, wie ich das versuche, hier zu leben. So wie ich versuche, dieses göttliche Wesen zu leben. Dann fallen wir wieder raus, dann kommen wir wieder rein. Es ist immer da, aber, naja, ja, diese Spaltung, diese Spaltung, diese Trennung, die ist einfach so tief in uns drin, dass wir immer wieder mal, dass wir immer wieder, ja, diese Erinnerung brauchen, diesen Ruf. Und deswegen auch diese Trainings, die ich mache. Da ist auch schon der erste Punkt. Weißt du, wenn du so in der Natur lebst, schon drei Jahre, der Wald, was der mir alles gegeben hat, schau mal deine Tiere an, deinen Garten, deinen Park in der Nähe. Die gibt dir nur, die gibt dir Sauerstoff, Blumen, Bienchen, die rumfliegen, oh nicht. Die Natur, die gibt dir Relax, die entspannt dich, die gibt dir sogar Heilung, Waldbaden. Denn die Natur an sich, die ist eins. Manchmal sind die Biotope schon aus ihrem Gleichgewicht geraten, aber doch, doch ist noch alles da und regeneriert sich auch wieder neu. Und dann könnten wir zusammen wieder zu diesem, ja, zu dieser Weisheit kommen, zu sagen, alles ist heilig. Wenn wir wieder so sind wie die Natur, dann sind wir auch verbunden, verwurzelt, dann kommunizieren wir miteinander wie die Bäume, wie die Blumen, wie die Tierchen. Und dann, was meinst du, alles ist doch heilig und war heilig. So haben wir alle, ja tausende lang oder vielleicht viel länger, alles wahrgenommen. Alles ist heilig. Der zweite Punkt, denke mal an deinen Seelenweg, an deinen Seelenplan. Das machen wir auch in einem der Retreats, dass wir da vertiefen und heilen. Du hast einen ganz speziellen Weg hinter dir, du hast eine spezielle Lebensgeschichte. Und ich glaube, dass deine Seele nicht dorthin gekommen wäre, wo du jetzt bist, wenn da nicht dieser Spirit wäre, dieser Funken von göttlichem Licht, der immer wieder die Seele erinnert hat, vielleicht mit der Hilfe eines Engels, der seinen Flügel ausgestreckt hat. Hey, Silvia, Peter, da geht's lang. Du bist ein göttliches Wesen. Diese Momente, wo du erinnere dich, vielleicht gibt es auch jetzt wieder solche Momente in deinem Leben, wo du immer wieder vor der Entscheidung bist, leide ich weiter, kämpfe ich weiter, denn kämpfen ist Leid, oder lebe ich diese Trennung weiter, oder vertraue ich immer mehr dieser inneren Stimme, dieser göttlichen Führung, die mich wieder in die Ganzheit bringt. Wow! Ich bin selber erstaunt, wenn ich mich verbinde, was da für Worte kommen. Es ist in mir drin, auch wenn ich dann wieder, mein Körper, wo die Seele ja drin wohnt, dann habe ich wieder einen Schmerz. Dann kommen die Emotionen, dann werde ich wieder wütend, dann werde ich wieder traurig, dann werde ich wieder einsam. Und so lernen wir weiter. Aber der Spirit ist der, der dich führt, der dich verjüngt, der dich weise macht, und der dich heilt. Macht das Sinn? Und ein dritter Punkt, den ich dir mitgeben möchte, dass du es in der nächsten Zeit mehr reflektierst und dich vorbereitest, auch wenn wir zusammenarbeiten dürfen, wie viele tote Rituale hat es noch in deinem Leben? Ja, um es kurz zu machen, Rituale waren alle einmal heilig, oder es waren Zeremonien, oder Rituale sind Teile von Zeremonien. Und was machen wir heute? Wie viele Routinen durchleben wir in dieser abgetrennten Gesellschaft? Und es ist nicht einfach, dort, wo du arbeitest, es eben anders zu machen, wenn es alle anderen dir vorleben. Getrennt, Stress, Projektionen und so weiter. Also, dann beginn doch von außen, das ist nämlich auch ein Weg. Fülle diese Routinen, diese Rituale wieder mit Liebe, mit Energie, mit Bewusstsein. Und gib die Hand bewusster, denn es bewegen sich viele Akupunkturpunkte oder reaktivieren sich Abrazo, umarme bewusster, esse das Frühstück bewusster, gesünder. Das Essen ist doch ein Ritual. Da geht es doch nur noch mit Slow Food weiter, wenn wir bewusster werden. Und so weiter. Erzähle mir, erzähle mir dann bitte im YouTube, im Facebook, wo auch immer du das findest, erzähle mir, wie es dir da weit geht. So können wir zusammen wachsen. Also, alles ist heilig. Wie in der Natur. Das heißt, alles ist eins. Alles ist heilig. Alles heilt. Du heilst. Du bist in einem Prozess des Heilens. Und dieses Spirit, dieser göttliche Teil, der dich hierhergebracht hat und deine Seele in deine Kultur hineingeboren hat, zu deinen Eltern, dieser Spirit, der zeigt, wo es lang geht und erinnert dich eigentlich bin ich aus dem Licht. Komme ich aus dem Licht. Und die Routinen. Also, das, was wir gesagt haben, dann reinbringen ins Leben. Und das gibt es. Eigentlich ist alles Routine. Wir stehen ja jeden Tag nochmal auf. Also, nur mal das Aufwachen. Das Aufwachen am Morgen und das Despertar in der Mañana ist eine Routine. Und dieses Ritual können wir füllen mit einem Gebet, mit einem Dank. Das machen wir alles auf dem Jürtliberg. Wie? Wie? Ich gehe da noch ein bisschen tiefer. Wie machen wir das? Es sind so drei Ebenen, die uns ergänzen. Wenn wir von der Natur her gesprochen haben, vom Einsein, vom All, Einsein, vom Göttlichen, das alles heilig ist, dann kommen wir auch ins Gruppenbewusstsein. Schaut mal den Delfinen zu. Den Walen. Lehrer. Nicht nur spirituelle Lehrer, sondern ganz, wenn wir ihr Verhalten anschauen, dann können wir das auch sehen, ganz irdisch. Sie sind transparent, haben Frieden untereinander. Wir haben das noch nicht geschafft. Und das ist eigentlich paradox. Wir meinen, wenn wir zusammen wären, als Familie, als Gruppe, als Unternehmen, als Nation, dann wären wir ein Kollektiv. Also, wir sind ein Kollektiv, aber wir haben nicht das Gruppenbewusstsein erreicht. Und das heißt eigentlich, ja, wir sind am Lernen. Mach mal so, ich bin am Lernen. Und in dieses Gruppenbewusstsein reinzuwachsen, ich glaube, das ist eine schöne Aufgabe, die wir sowieso alle haben. Das passiert sowieso von allein. Aber je bewusster du diese Dinge tust, desto schöner ist es. Dann bist du auf der auf der mitschaffenden Seite und nicht auf der mitgeschleppten Seite oder fällst dann eher unbewusst wieder in die immer dunklen dunklen Kammern hinein, die immer da sind und die immer wieder kommen. Also Gruppenbewusstsein, so wie die Tiere miteinander kommunizieren. Nicht nur die Delfine, auch die Vögel, wenn sie in einem Schwarm fliegen. In der Forschung heißt, was darunter liegt, Hyperkommunikation. Und da gehen wir rein, auch mit schamanischen Übungen, mit neurophysiologischen Übungen, wo findet die Neuro-, äh, die Hyperkommunikation statt? In den Zellen, in den Genen, in den ADNs drin. Sagen wir, wir schaffen es, vom Ego mehr in diese Gruppe zu kommen. Ihr wisst, in dieses Gruppenbewusstsein zu kommen. Ihr wisst, ich spreche immer viel von Gruppenheilung, von Gruppen, vom kollektiven Heilen, genau, bei der Heiligen Utilie haben wir viel darüber gesprochen. Wenn wir das schaffen, dann, dann ist dein Bewusstsein ein anderes. Und das geht parallel mit dem, was die Mayas und viele alte Völker, dieses Aufschreiten, dieses, dieses Emporgehen auf der Leiter deines Bewusstseins. Das geht dem, dem einher. Stell dir mal vor, du bist eine alte Mayafrau oder eine alte Druidine. Es gibt überall diese Parallelen in den alten Kulturen. Und du gehst einen Tempel hoch. Oder die neun Stufen einer Pyramide. Oft haben die nämlich neun Stufen. In Palenke auch, in meinem Herztempel. Ich möchte das noch so erklären, dass du dir vielleicht vorstellen kannst, du beginnst beim Ich. Ich ist für viele Ego. Ich heißt aber auch Gnoti Seoton. Ich lerne mich besser kennen. Meinen Körper, meine Seele und so weiter. Also da ist schon ein ganzes Universum da. Das Ich. Und dann kommt dieses Modemantra der Mayas, das oft in einem viel zu kleinen Umfang nur verstanden wird, in La Keshe. Ich bin du. Das heißt auch, du bist in meinem Herzen. Sage es lieber so, weil sonst, ich finde, man versteht es so besser. Du bist in meinem Herzen. Wenn ich jetzt mit dir spreche, ich spüre dich hier. Ich liebe dich, kann ich dann sagen. In La Keshe. Und was macht das? Dann ist plötzlich ein Spiegel da. Un Especho. Un Etzna. Und wir sind zwei. Und dann sind wir drei. Dann sind wir mehr. Dann kommen wir ins Kollektiv. Kollektiv. Und so gehst du die Stufen rauf auf der Pyramide. Und so kommen wir dann, ich kürze es jetzt ab, zum solaren Bewusstsein der alten Hochkulturen wie der Mayas oder bis zum kosmischen Bewusstsein. Da ist deine Aufgabe wiederum. Wie komme ich vom Konzept weg oder vom kurzen Meditieren und wow, ich reise zu den Sternen. Wie komme ich weg, dass es nur das ist und gehe dorthin, dass ich das leben kann. Immer wieder und immer mehr. Und auch wenn ich dann wieder fünf Stunden im Büro bin und mit einem Anwalt zu tun habe und die Steuerrechnung machen muss. Dann komme ich immer wieder mehr dorthin. Wie, das werden wir eben sehen in dem Training. Weil dafür ist es ja da. Und die, die mich noch nicht kennen, es geht bei mir wenig um Theorie. Also so wie ich jetzt spreche, immer mal ein bisschen. Aber es geht immer um das Erleben. Dass in deinen Zellen, in deinen Lichtkörpern etwas geschieht, sich verankert und bleibt, auf das du es im Alltag leben kannst. Also wir hatten das Gruppenbewusstsein, wir hatten die Bewusstseinsstufen, die wir erklimmen dürfen. Immer mehr. Du wirst es, du spürst es, du lebst es und dann kommt etwas ganz Faszinierendes, was ich lange Zeit für mich behalten habe. Es ist ein uraltes Meierwissen, es ist ein uraltes Wissen der Sternenbrüder, es geht um die Lichtsprache. Was ist das? Sie findet statt, wo? Auch in den Zellen, in den Genen, in der ADN, in den mehrfach, in diesen mehrfach verwirbelten Gezalkoatelsträngen. Es ist eine uralte Form, wie wir schon immer kommuniziert haben, aber wir haben es vergessen. Mir kommt jetzt, weil ich vorher vom Hyperkommunizieren gesprochen habe, es ist ein weiterer Schritt des Hyperkommunizierens, wo das menschliche Bewusstsein, dein, jetzt als Mensch gesprochen, dieses geniale Vorstellungsvermögen, was wir hier in der Vorderseite haben, zum Ausdruck kommt. Du brauchst in Imagination Formen, Töne, Farben, man kann auch mit Gesten arbeiten, aber es sind andere Gesten als im normalen Sprechen. Also es ist eigentlich stumm, es kann stumm sein, es sind eher dann Laute, aber es sind nicht die normalen Worte und es sind auch nicht die normalen Gesten. Und damit Sprechen drücken wir auf uns auf hohen Frequenzebenen aus. Ich gebe auch dieses Wissen weiter über eine, ein Großteil, wie auch beim unsichtbaren Heiler, geht nicht über das Sprechen, sondern über die Transmission, wie sagt man das, einfach das Weitergeben über die Energie von Lichtkörper zu Lichtkörper. Wenn du je schon mal auf Reisen mit anderen Wesen zusammen warst, dann kannst du dir vorstellen, dass sie genau so sprechen. Das haben mir die Mayas auch so langsam beigebracht und das wird ganz, ganz spannend. Das ist so heilig, das ist so wunderbar, das wird dein Leben verändern. Ja, das ist für mich die Antwort, warum wir auf den Uetliberg gehen sollten an Pfingsten vom ist da runtergefallen, vom 29. bis zum 31. Mai am Pfingsten von Friedrich bis Sonntag, Freitag bis Sonntag, alle Info, du weißt, es-ist-herz-zeit.com neue Webseite pascalkindreup.de da ist noch viel zu tun, aber kannst du ja mal reinschauen. Ja, und ich habe ein Facebook Live gemacht, auch, kannst du mal suchen, im Facebook mehr über den Uetliberg, wo ich von klein auf da war und mir kam, dass dieser Berg viel Liebe, viel Licht braucht. Es ist ein Lichtberg, es ist der Olymp der Schweiz vielleicht sogar, es ist der Hausberg Zürichs, aber er hat sehr viel Potenzial, mehr als das Hotel und das, was alles dort ist. Und da werden wir auch zusammen eine kollektive Heilung machen, die dann wieder ausstrahlt und zurückkommt und wir werden viele Geschenke bekommen, die uns genau so arbeiten lassen, im Wald, im Sonnenbühl bei der bei der lieben Jacqueline, die das betreut dort. Das ist wunderbar, sie hat diesen Ort bekommen und ja, die Magie im Wald, die Zeremonien mit Feuer, ich habe es erleben dürfen. Es ist so Magic. Und genau neben dieser Megastadt Zürich, als ich meine Finanzplatz, Wirtschaft, Geld, eine zivilisierte Gesellschaft wie die Schweizerische, ja, daneben wieder das leben dürfen, dort Tibet verankern, Maya verankern, die Olmeken verankern, die alten Kelten, Merlin, Avalon verankern, all das, was wir machen, sichtbar und unsichtbar. wow, ich freue mich so. Wenn es dich anspricht, gib es weiter, es würde mich sehr freuen. Schreibe auch deine Kommentare, was hat es mit dir gemacht, ich bin immer für dich da, frage auch bitte und wenn es dich angesprochen hat, dann entscheidet euch bitte bald, wir haben noch zehn Tage bekommen vom Ort, dass wir dort die Anmeldungen abgeben dürfen und wir die Anzahlung leisten dürfen. Ich kann es nicht vorstrecken, es ist unmöglich mit dem, was wir alles hier aufbauen, in diesem wunderschönen Ort hier, auch dein Zuhause, wo jetzt Volunteers kommen aus Deutschland, hier bist du auch immer willkommen, hier im Resinto Natural Semucke, im Natura El Pasimo. Also, wenn es dich anspricht, dann entscheide dich einfach, nicht denken und einfach sagen, ich muss da sein, ich komme. Es wird dich verändern, deine Zellen, dein Verhalten, deine Gesundheit und du wirst es ausstrahlen, deine Kinder, deine Teams werden anders strahlen, so wird dann diese Chispa, diese Funken, so springen die über und es ist eine kollektive Arbeit für Zürich, ich fühle mich speziell verpflichtet mit Zürich, weil ich dort geboren bin, und so ist so jetzt auch eine kollektive Arbeit und so Gott will, wie wir hier sagen, werden wir dann weiterhin dort arbeiten, so als zweiter Kraftort neben dem Odilienberg, wo wir ja jetzt schon immer wieder sind. Genau. Danke vielmal, dass du da bist, ich umarme dich und ich hoffe, dass du das mitnimmst, dass dieses göttliche Wesen du immer mehr im Leben, im Alltag verankern kannst. Danke. 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 Vielen Dank.